Das Skyline-Restaurant im Passing bietet in Stil vollem Ambiente mit modernem Flair, frische und leichte Gerichte, zubereitet in der offenen Showküche. Mit Freunden oder Familie einen schönen Abend verbringen, den Alltag einmal zu Hause lassen und einfach nur genießen, sich wohlfühlen und verwöhnen lassen. Das ist es, was Sie im Skyline finden werden. Leicht und frisch genießen ist unser Motto. Kreative Fusion Cuisine, moderne und ausgefallene Speisen zu bürgerlichen Preisen. Ein gemütliches Restaurant mit modernem Flair und einer gut sortierten Weinkarte. Entspannen Sie sich in unserem schönen, mit Sonnensegeln überdachten Gastgarten mit 50 Sitzplätzen. Im Restaurant haben wir 60 Sitzplätze für unsere Gäste zur Verfügung. Zwölf Personen finden in der Showküche am Chefstable Platz. Das Skyline mit dem Passing wird von einem jungen Team geführt, Thomas Heinfellner und Jürgen Kallinger. Unser Ziel ist es, nicht nur Ihren Gaumen zu verwöhnen, sondern auch alle anderen Sinne mit unseren Leistungen zu beeindrucken. Unsere Leidenschaft zur Perfektion macht uns zum Catering-Anbieter Ihrer Wahl. Schließlich dürfen wir besondere Momente mit Ihnen gestalten. Für alles haben wir das Know-how, die richtigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, das richtige Equipment, die richtigen Ideen und das passende Kulinarium. Chef-Tables. Sie wollten schon immer einmal Mäuschen in der Restaurantküche spielen? Im Skyline mit dem Passing haben Sie die Chance dazu. Reservieren Sie einen der zwei Chef-Tables und sehen Sie zu, wie Ihre Speisen frisch vor Ihren Augen zubereitet werden. Sonn- und Feiertags öffnen wir für Feiern aller Art auf Vorreservierung ab zwölf Personen. Telefonisch erreichen Sie uns unter 026 30 34 566 oder werfen Sie einen Blick auf unsere Homepage unter www.skyline-wimpassing.at. Unsere Skyline-Bar steht Ihnen als Eventbar für Feiern aller Art zur Verfügung. Lassen Sie sich zuerst im Restaurant kulinarisch verwöhnen und anschließend genießen Sie den Rest des Abends in der Skyline-Bar bei Musik und coolen Getränken. Wir haben für Sie geöffnet von Dienstag bis Samstag von 11 bis 14 Uhr und von 18 bis 22 Uhr. Wir möchten unsere Gäste jedes Mal aufs Neue überraschen. Mit ausgefallenen Kreationen, bestechendem Design, Freundlichkeit und Professionalität. Das Skyline-Restaurant im Herzen von Wimpassing an der Bergstraße 1 erwartet Sie und freut sich auf Ihren Besuch.